Hi und willkommen zu Hashtag-Frag. Heute mit der Frage, die an mich gerichtet ist, warum bist du so super witzig im EvoCast? Um genau zu sein, das liegt daran, dass ich entsprechend in der ganzen Schulzeit immer unter sperrend Depressionen gelitten habe und auch normalerweise lange Zeit unter einem relativ depressiven Verhalten gelitten habe und mir gedacht habe, irgendwann, man muss die ganze Welt einfach mit Humor nehmen und deswegen habe ich irgendwann über alten Kasper gespielt, aber halt nicht in der Schulzeit, sondern erst da danach. Und darum bin ich heute so, wie ich bin und mache über jeden Scheiß irgendwo einen Scherz. Und deswegen bin ich entsprechend auch im EvoCast so super witzig, um es zu zitieren. Das war es eigentlich auch schon wieder. Möchtest du noch irgendwie deinen Senf dazu geben? Also, das ist natürlich jetzt wieder super. Ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne weiterfragen, einsenden unter den bekannten Hashtags ErfragKleinEvo oder FragDinD. Und das war es für heute. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.